Wie ist Freunde, was geht ab? Jetzt schon wieder Mainz-Flipfschaden am Start. Heute Spieltag, Mainz gegen Stuttgart. Ich bin mega gespannt. Das Spiel hat leider schon angefangen, seit 2-3 Minuten. Fällt direkt schon mal auf. Stuttgart-Fans mega laut sind. Aktuell Platz 3 in der Tabelle. Ich bin mega gespannt. Mein Tipp für heute, Mainz hat noch kein Spiel gewonnen. Wir sind vorletzter aktuell. Ich denke 2-1 Mainz. Ich hoffe es. Naja, ohne zu schnacken, Freunde. Sprengt den Like-Button. Stadion-Vlogs wieder am Start. Viel Spaß mit dem Video. Haut rein. Ciao, ciao. 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 Freunde, zweite Halbzeit hat begonnen, erste Halbzeit war sehr langweilig, meinsrichtig, Angsthasen, Modus aktiviert, kaum Torchancen, naja, ob wir das Plötzchen für das Zweifel. Beide! Beide! SIE! 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 Ok, sieg uns zu Söcher! Go to Söcher! Das war's für heute. 2 0 да sau m dann die sehr 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 Schuss, 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 Schuss! Schuss, Schuss! Schuss, 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 Schuss! Macht Leandro! Du hast die Feuer, der Luftrauli ist in derstem Behörden. Und jetzt letzter Feuer und jetzt? Die Feuer, der Luftraulung ist. Feuer gibt es adaptation, Feuer gibt es weitere Gumm doctors zu verfordern! Auf gehts, auf gehts, auf gehts! Auf gehts, auf gehts, auf gehts! Was ist das? 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 Was ist das?